Spiel zu nebenbei. Klingt so danach. So, die haben wieder Zeug. Auffüllen müsst ihr aber selber, Freunde. Das kann ich nicht auch noch für euch machen. Ja gut, ne? Ist ja meistens auch ein V8. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Wie ist das eigentlich? Müssen wir eigentlich auch Sprit nachher für den Van bezahlen, wenn der Fahrer damit fährt? Oder kostet uns das dann nix? Ich hätte es gerne... Oh, warte. Das ist illegal. Ich stehe ein bisschen auf dem Bordstein. Das mögen die hier anscheinend gar nicht. Und dann rein da. Müssen wir spielen? Ja, fünf Stunden, nur noch übrig. Den spielen wir mal. Ne, okay. Ja, also ich würde den auch nicht kaufen. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis steht gar nicht in Relation zueinander. Der hat genauso viele Slots wie der Van. Und darauf würde es mehr ankommen. Aber kostet halt, wie gesagt, 13... Das heißt, das 13-Fache... ...geht in meinen Augen gar nicht. Yay, Tristan ist krank. Wo arbeitet der schon? Ich glaube, im Café, ne? Ich guck mal. Kann ich das irgendwo sehen? Schnellrestaurant. Hot Dogs. Schon wieder alle? Wieso sind denn die Hot Dogs schon wieder alle? Ich hab doch erst 3000 dahin gebracht. Die verkaufen einfach noch viel mehr. Jetzt verkaufen die schon über 2000. Och Leute, was ist das denn? Ich kann doch auch nicht. Wo ist denn Tristan, die dumme Sau? Süße Versuchung. Schon wieder? Der war doch gerade erst krank. Wann muss denn der arbeiten? Um 13 Uhr. Okay. Dann müssen wir wieder um 13 Uhr anscheinend hin. So, wir gehen jetzt erstmal schnell noch mehr Essen kaufen, damit wir erstmal was haben. Wann haben wir jetzt bis... Ach nee, wir müssen... Ach, wir müssen noch gleich noch Hot Dogs holen, ne? Haben wir Hot Dogs im Warenhaus? Ja, haben wir noch ein paar. Ah, ich will einen Logistikmanager haben. Ich will nicht mehr selber alles liefern. Oh Mann. Spiel. Mach doch mal jetzt. So. Weiter im Text. Ich bin dann nach Hause und dann Hot Dogs holen. Wollen wir aber diesmal mit unserem Auto... Den Van lassen wir da stehen. Bis der Kollege mal selber losfahren kann. Dann müssen wir das nur noch auf Reihe kriegen, dass das alles vernünftig funktioniert mit der Lieferung. Und dann ist alles gut. Den will abbiegen. Sehr schön. Hallo, Rainer. Voll. Ja, voll will ich jetzt auch gerne. Danke. Ach, jetzt muss ich auch noch manuell reinrennen. Oh, ist das bitter. Ist das schon wieder bitter? Hot Dogs. Äh, zack. Das Classic Rock. Ich sag's nur mal. Ich glaub, das stimmt aber nicht. Kann mir auch nicht helfen. Ich weiß nicht warum. Für mich ist das kein Classic Rock. So, Rainer... Hätten wir mal die Regale hier vorne hingestellt, Alter. Dann hätten wir nicht so weit fahren müssen. Oder laufen. So wie jetzt. Ich glaub, wir verdienen im Moment Geld. Ja gut, wir bezahlen jetzt ja auch aktuell einmal, sag ich mal, um die 6.000 für eine Lieferung. Alle sieben Tage. Ich glaub, damit kann man schon arbeiten, ne? So, Vorsicht, ich komme. Und das Warnhaus ist halt auch nicht so weit weg von der... Von unseren Geschäften. Da wir alles in einer Straße aufgebaut haben. Passt das ganz gut. So, einbocken. Und alles wieder rauskarren. Und hin und her karren. Äh, Hot Dogs. Hot Dogs. Jetzt machen wir gleich aber ne Pause. Wenn ich das aufgefüllt hab, machen wir ne Pause. Damit ich im Kopf auch wieder klarkomme, Alter. Ich merke so langsam, dass ich so... Äh. Ne. Wie spät ist denn das überhaupt? 0 Uhr. Ach, geht ja eigentlich noch für ne Uhrzeit. Das geht ja noch. Das ist ja nicht so lange. Nicht so schlimm vor allem. Äh. So, das ist drinnen. Jetzt müssen wir, glaube ich, nix machen. Dann würde ich schon mal nach Hause fahren wieder. In meine Wohnung gehen. Und dann machen wir ne Pause. Hau ab da, du mit deinem scheiß Pickup. Oh, tanken müssen wir auch bald wieder. Ich will am liebsten gar kein Auto mehr fahren. Alles automatisiert laufen lassen. Und dann einfach zusehen, wie die Kohle reinfließt. Ich glaub, das dauert noch. Ein paar Geschäfte müssen wir noch aufbauen. Oh, doch. Ey, jetzt hätt ich fast gesagt, das war's bestimmt du, der da gerade lang gefahren ist, ne? Warst du jetzt abgefuckt, weil du so viel Sprit bezahlen musst. Ähm, pass auf, wir spielen noch mal. Ah, verdammt. Ich hab vergessen. Wir müssen ja um 13 Uhr, Mist, wir hätten um 13 Uhr nur ein Café sein sollen, ne? 17 Uhr. Ja, jetzt ist... Scheiße. Fahr doch Taxi. Pff, fahr du doch Taxi. Wann soll ich Taxi fahren? Sieht sich aus wie ein Fußgänger, oder was? Scheiße, hab ich vergessen. 13 Uhr. Ich sag ja, ich bin... Ja! Logistiker. 44. Standardkühl. Ich mein, das geht. Dann ist der nicht so anspruchsvoll. Was die Stühle angeht. War's Taxi fahren oder zu Fuß laufen? Bäh. Ich könnte wohl sogar mit dem Auto in eine Wohnung fahren, damit ich hier nicht reinlaufen muss. So faul bin ich. So, pass auf, Freunde. Wir machen jetzt mal eben eine Pause. Logistiker ist eingestellt. Das heißt, wir kaufen als nächstes für den Material. Und, äh... Ach so. Ja, das weiß ich. Musste ich auch schon machen. Da bin ich nämlich... Äh, war ich sehr erschöpft. Bin nach Hause gefahren. Vor meiner Haustür geparkt. Ausgestiegen, umgekippt. Und dann bin ich im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und das ist ja elendig weit weg. Und ich musste zur Arbeit. Also, was hab ich gemacht? Hab mir ein Taxi genommen. Das weiß ich. Alles gut. Äh, auf jeden Fall. Als nächstes kaufen wir dann... Äh, Schreibtisch und den ganzen... Also, einen Arbeitsplatz für den Kollegen. Und einen Kühlschrank, offensichtlich. Ähm. Echt, U-Bahn fahren geht hier auch? Okay, das wusste ich nicht. Ist ja auf mich abzulängen. Ich will eine Pause machen, Mann. Reden wir gleich drüber. Weil wenn ich zur U-Bahn gehe, dann geht die Karte auf. Aber wahrscheinlich hätte ich dann auswählen müssen, hier hinfahren. Wie beim Taxi, ne? War ich zu blöd. Entschuldigung. Kann ich auch nicht dafür, dass ich dumm bin. Also, Logistiker. Arbeitsplatz als nächstes. Und dann... Routen einstellen. Und dann... Äh... Liefertermine festlegen. Welche Menge... Und hast du nicht gesehen. Und hoffen, dass unser Lagerplatz dafür auch ausreicht. Äh, wenn nicht, müssen wir nämlich noch ein Lagerregal kaufen. Äh, daran soll es aber, glaube ich, nicht scheitern. Ich finde das doof, dass die eine Mindestbestellmenge haben. Bin ich ganz ehrlich. Finde ich nicht so geil. Äh... Wird vielleicht noch rausgenommen. Wäre nice. Ich finde die Mindestbestellmenge, finde ich doof. Also, dieser Wert. Das finde ich kacke. Bin ich ganz ehrlich. So, aber jetzt... Äh, ich drücke eben in der Aufnahme mal wieder Pause. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, es ist 17.11 Uhr. Ähm... Wir haben jetzt einen Logistiker. Der braucht... Öh, einen Kühlschrank. Oh, so ein Scheiß. Warte mal. Ich weiß krank. Einen Standard-Kühlschrank. Ähm... Einen Standard-Kühlschrank. Ne, so rum. Gab's, glaube ich, hier, ne? Bis 19 Uhr. Ja, für 1.8. Okay, hier kostet ja 1.8. Gibt's ihn hier auch? Wenn ja, kostet ja genauso viel. Äh... Ja, kostet auch 1.8. Wie lange haben die auf? Bis 21 Uhr. Dann würde ich sagen, wir gehen schon mal... Einen Standard-Kühlschrank kaufen. Achso, warte, Sound. Zack. Entschuldigung. Ich vergesse das immer. Wenn im Hintergrund Musik läuft, ist für mich Sound an. Da ist für mich einfach der Sound an. Hab' ich, glaube ich, schon mal gesagt. Äh... So, dann brauchen wir jetzt einen Kühlschrank. Einen Standard-Kühlschrank. Irgend so einen neuen Schreibtisch. Einen Stuhl und Computer, ne? Deinem Lager zu, in dem du das Logistik-Manager-Fenster deines Hauptsitzes verwenden willst. Ja, klar, ich... Entspann dich. Entspann dich, Spiegel. Alles wird gut. Alles wird gut. So. Ähm... Der legt nicht so viel Wert auf den Tisch, ne? Dann nehmen wir einen Standard-Tisch. Und einen normalen Stuhl für ihn. Dann brauchen wir noch einen Computer und einen Kühlschrank. Standard-Kühlschrank. Und... Ich seh' nichts mehr. Hallo? So rum. Wo war der... Da war der Computer. Und... Einen Computer. So. Und dann können wir raus. Das bauen wir dem dann gleich in die Hütte ein. Dann können wir den gleich zuweisen und alles fertig machen. Sind ja wieder nur 3000 Dollar, die wir hier loswerden. Wir müssen nur mal so viel investieren. Können nicht fast kotzen bei. So. Hier sind die Ameisen wieder unterwegs. Auto. Alles rein da. Und dann wollen wir hoffen, dass wir gleich das Spiel überlisten können. Weil wenn nicht, müssen wir uns nämlich doch noch ein Getränke... Äh... Geschenkeladen nochmal aufmachen. Da ich ja meinen vorzeitig... Um... Äh... Mal tanken fahren. Ich seh' das gerade. 18% ist... Äh... Nicht mehr so viel, ne? Dann fahren wir erstmal schnell tanken. Dann zu... Unserem Büro. Unserem Hauptsitz. Hauen wir da eben das Büro... hin und dann... Wird alles gut. Hoffe ich. So, volltanken. So. Und dann... Die dritte... Also vierte Länges müsste das dann sein. Nicht hier. Boah, fast nicht... Fast nicht erwischt. Warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich bin da. Jawohl, jetzt zieh den nächste rein. Das wäre ein langer Tag heute, wie man sieht. Na, da... Kommt der mit seinem Porsche da rausgehämmert, du. Leck mich fett. Da kannst du doch nicht einfach rauskommen. Du Lümmel. Und kein Parkplatz frei. Natürlich nicht. Muss man alles einzeln reintragen. Da ist ja richtig toll wieder. So, parken. Dann nehmen wir erstmal den Tisch mit. Plasieren den. Ich würde sagen, der kann hiermit arbeiten, oder? Können wir hier schön... aneinanderstellen. Dann meint sie, sie ist die Chefin hier. Weil sie so einen fetten Schreibtisch hat. Weil es eine Voraussetzung war. Hallo? Manchmal läuft der nicht. Oder meine Maus geht manchmal. Das kann auch sein. Äh, was ist das jetzt? Ein Computer. So rum. Das war falsch. Da hin bitte. Stuhl und Kühltrank noch. Stuhl. Und Kühltrank. Dann können wir den Kollegen nämlich zuordnen. Sollte eigentlich auch alles gut sein bei dem. Hoffe ich. Nee, so. Äh, Kühlschrank. Mache ich mal. Da er den ja haben will. Mache ich ihn auch bei ihm hin. So. Employees. Äh, wie hießen die denn nochmal? Auslieferung. Einkäufer. Bei ihm war alles gut. Jawohl. Und bei ihm ist auch alles gut. So. Scharlatan. AG. Dienstplan. Logistikmanager. Café Burger. Liefert bis zu zwei Zielorte. Na toll. So. Ziel 1. Äh, süße Versuchung. Ausverkauft in. Lagerbestand. Keine Ahnung. Ähm. Mindestlagerbestand. Ah, okay. Der liefert immer bis zu einem gewissen Mindestlagerbestand. Also würde ich sagen 200. Bei jedem. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür genug Platz haben. Aber müsst ihr eigentlich. Warte mal. Das sind ja 100. 100 pro. Nee, das sind 1000. Also machen wir hier auch. Mindestbestand ist immer 1000. Das ist ein Karton. Und das sind zwei Kartons. Vier Kartons. Sechs Kartons. Wir können aber 16 haben. Also 2, 4, 6, 7. 8. Äh. 10. 12. 12. Und Kaffee haben wir leider noch nicht zum Verkauf. Ach, die Papiertüten haben wir auch nicht, ne? Also wir bräuchten eigentlich sogar noch einen Logistiker. Aber nur für Papiertüten weiß ich nicht. Und Futterier. Genauso. Da haben wir zwei Regale. Also 28 Slots. Ähm. Das sind vier. Fünf. Sechs. Sieben. Äh. Das sind 10. Huch. Das sind 10. 13. Äh. Vier. Acht. Zwölf. Sechzehn sind das. Das wäre jetzt ein Regal. Ne? Vier Kartons. Das sind vier Kartons, ne? 100 pro Karton. Sind dann vier Kartons. Ähm. Also das wären dann vier, acht, zwölf, sechzehn Kartons. Das wäre ein Regal. Und das zweite. Nochmal dasselbe, ne? Acht. Sechzehn. Vierundzwanzig. Ein Papiertüten brauchen wir auch nicht so viele. Vierundzwanzig. 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 Der Hotox brauchen wir auch von vielen mehr. Zehn. Zwanzig. Dreißig. Zweiunddreißig. Machen wir so. Ja, wir haben keine Papiertüten im Lagerbestand. Weil wir leider keine Papiertüten zum Liefern haben. So. Damit haben wir das eingerichtet, für ich behaupten. Ne? Über einen Einkäufer. Hier. Der liefert leider keine Papiertüten, der Typ. Tragischerweise. So. Wenn wir das jetzt nochmal liefern. Weiß ich immer noch nicht, ob wir genug Platz haben. Ich glaube aber nicht. Ja, weiß ich. Weiß ich. Aber dafür müsste ich jetzt erstmal nur für Papiertüten, müsste ich noch einen Einkäufer einstellen und einen Liefervertrag abschließen mit einer Mindestliefermenge im Wert von 2000 Dollar. Das heißt, ich müsste Papiertüten im Wert von 2000 Dollar bestellen. Das ist mir persönlich, das ist mir nicht wert. Da würde ich dann lieber selber gucken, dass wir hier Papiertüten selber liefern erstmal. Deswegen mache ich die mal auf Null, dann braucht ihr die nicht liefern. Hallo? Null? Ich habe gesagt Null. Du Null. So. Weil das ist mir nicht wert. Wie gesagt, wir haben unseren Geschenkeladen, haben wir umgebaut. So. Und jetzt müssen wir nochmal, es ist nachts, das heißt wir müssten jetzt nochmal ganz kurz den hier ändern, auf Geschenk, das ist aber die Frage, ob der auch, ähm, ne bleibt der nicht, okay, äh, süße Versuchung, und dann 200 und 100 auf Getränkedosen, 200 und 100 auf Getränkedosen, 200 und 100 auf Getränkedosen, wo sind die denn? Oh, ich muss da ein Ding ins Reinstellende, anscheinend, ach nee, nicht, nicht teures, ne? 200 Getränkedosen kann ich hier nicht machen. Weil ich kein Ding ins habe. Scheiße. Dann muss ich das ja erstmal machen. Ähm. Was kostet denn so ein Kühler? Den würde ich dann erstmal kaufen. Wo ist mein Auto? Da. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schnell pennen und dann müssen wir eben einen Getränkekühler holen und da rein stellen. Und wir können ja rein theoretisch trotzdem Getränke dahin liefern, ne? Brauchen wir halt ein bisschen mehr. Für den Kaffee reicht es ja nicht. Wir müssen jetzt, äh, einmal das Spiel überlisten. Tragischweise. Das heißt aber, wir müssen dann erstmal so ein Getränke-Ding kaufen. Machen wir bis da. Ja, wir mussten hier Geld ausgeben, ich weiß. So. Kaufen wir schnell so ein Getränke-Teil. Ich laufe da aber mal eben zu Fuß hin. Geht nur noch rum, dass wir den Haken da rein kriegen. Damit das weg geht und dann können wir die Logistik wieder umstellen. Wann macht der auf? Ach, gleich. Okay, ich warte kurz. Ich warte kurz. Das ist halt jetzt, weil ich mein Geschenkeladen, äh, mein Geschenkeladen hab ich halt, äh, zu einem Kaffee umgebaut, bevor wir hier angekommen sind. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich das Spiel so ein bisschen überlisten. Und wir tun jetzt einmal so, um da den Haken reinzukriegen, dass das ein Geschenkeladen ist. Aber Getränke können wir da eh verkaufen. Das macht gar nichts. So, einmal ein Getränke-Regal. Kühler. Den geben wir dann eben da ab. Bauen wir den da ein. Kann der da auch Getränke liefern? Dann brauchen wir nämlich mehr an Getränken, wenn wir das in zwei Geschäften verkaufen. Das glaube ich auch ganz sinnig. Ne, da jetzt. So, den platzieren. Hier hin. Hier hin. Und jetzt. Über den Logistik-Manager. 100. Und fertig. So, und jetzt ändern wir das einfach wieder zurück. Zack. Geh mal weg da Opa. Ach nee, warte. Wir müssen erst mal das Geschäft wieder ändern. Süße Versuchung. In. Kaffee. Zack. Und dann. Über die Logistik. Süße Versuchung. So, jetzt haben wir auch Getränke. Ich weiß nur noch nicht wie viele. Aber wir haben 16 Slots. 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16. Am meisten gehen Donuts. Davon würde ich 500 nehmen. Also 5. 8. 11. 12, 13, 14. 15, 16, 4, 8, 19, 11, 16. Jawohl. Und das hier passt alles noch, ne? Jawohl. Jawohl. Jetzt 1000. Jetzt müssen wir den Scheiß nur bestellen. Weil der natürlich von sich aus nicht losfährt. Und hier haben wir auch keine Getränke. Aber eigentlich müsste unser Kollege dann gleich losfahren. Weil wir haben ja Getränke im Lager. Das heißt, wir bestellen jetzt einmal über den Einkäufer. Eigentlich genau das, ne? Hot Dogs, Burger. Hot Dogs, Burger. Croissants. Getränke, Donuts, Cupcakes. Richtig. Alles in selben Lager. Und gucken mal, ob die Menge reicht. Bestellen. Machen wir erstmal einmalig. Damit müssten wir rein theoretisch sieben Tage hinkommen. Und dann müssen wir einmal ins Lager. Kann ich jetzt eigentlich irgendwie sehen, ob der Fahrer arbeitet? Zufällig. Auslieferungsfahrer. Jetzt bei 100%. Kann ich jetzt irgendwo sehen, ob der arbeitet? Inventar. Das reicht noch ein bisschen. Ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass der auch wirklich losfährt und den Laden beliefert. Ah, okay. Also erst heute Nacht liefert der aus. So, aber jetzt würde ich hier nämlich die Geschenke rausnehmen und eben schnell veräußern. Mindestmengen. Ja, hab ich ja, hab ich ja. Haben wir ja gerade gemacht. Über ein Logistiker. Hier. Mindestmenge haben wir alle gemacht. Nur wir haben davon aktuell auch nichts im Lager. Also von daher. Witzend, wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, geht aber. Papiertüten müssen wir dann halt selber bei Gelegenheit ausliefern. Jetzt würde ich aber die hier verkaufen wir jetzt, damit wir hier Platz haben, weil die brauchen wir nicht. Aber jetzt erstmal das Spiel einmal ein bisschen ausgetrickst, damit wir weiterkommen. So, und weg damit. So, und jetzt müssen wir quasi auf eine Lieferung warten. Gut, dass die jetzt noch keine Getränkedosen haben, das macht nichts. Bestellung ist raus. Und jetzt können wir eigentlich warten, dass der ausliefert, ne? Und wir brauchen nix zu tun. Wir müssten jetzt halt zugucken, dass die Kohle reinkommt. Und sobald hier aufploppt, dass wir von irgendwas zu wenig haben, müssen wir dann halt die Logistik ein bisschen anpassen und die Bestellung, ne? Einen täglichen Gewinn von 3000. Ich weiß halt nicht, wo sind wir denn gerade gewinntechnisch? Ist das das durchschnittliche Tagesordnung?